Herr Wolfgang, Herr Wolfgang, wie geht es denn jetzt kurz vor dem Start in Rupolding? Es geht, schlecht geschlafen, Magenschmerzen gehabt, aber mittlerweile geht es. Nach einem halben Brötchen und das Kaffee passt es. Super, du hast vorhin gesagt, dir ist es ein bisschen flau. Ja, mittlerweile hat es sich gelegen, wenn ich hier die Berge sehe und die Sonne kommt raus, passt es schon. Ja, super, das werden wir schon heute hinkriegen, oder? Denke ich mir. Timbittl zwei Führer. Schauen wir mal.